Guten Morgen, in der heutigen Folge Dead by Daylight spielt Daniel den Killer, Scoutie, Su, der Brüller und ich spielen die Überlebenden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe jetzt voll oft gehabt, dass ich so krass lachen muss, dass mir schwindelig wird. Das hatte ich letzte Woche auch. Da war ich ohne Scheiße. Das stelle ich mir so lustig vor, dass du dann so unmächtig wirst und neben dem Computer liegst. Du warst richtig lustig. Dass du hier gelacht hast. Also ich fände es in dem Moment wahrscheinlich mega lustig. So, ihr kleinen Schäflein. Nein, Idiot! Oh, also seid ihr nicht alleine an diesem kleinen Gerät, ja? Absolut, nichts passiert. Ich komme! Vielleicht komme ich auch nicht. Oh, da ist ja mit langgerannt. Habt ihr etwa? Ah, mit gut Angst. Genau das ist es, was ich verbreite. Panik und Angst. Gut. Hörst du gerade dieses Herz klopfen, Scully? Nein. Ach, schade. Ich weiß schon, was das heißt. Ich dachte, das wäre mein eigenes Herz. Das heißt, ich schlöpfe so. Oh, Digga. Geh, 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 geh. Hey, da schweinchen. Da läuft schon einer, he? Flieg, flieg, flieg! Äh, Scaldi, du hörst vorher das Geräusch! So ein komisches Clearen, und dann kannst du dich drauf einstellen, Space zu drücken. Ah ja, okay. Apoll! Ihr seid also schon wieder zu zweit an einem Generator. Ich weiß nicht, manchmal ist das voll einfach, feier, genug Zeit, aber manchmal irgendwie, ich weiß nicht. Der kleine Spreitchen! Daniel, was ist los? Noch drei Generatorn. Wir bumsen dich. Sag das mal, wenn mein Messer deine Kehle durchstrennt! Guna, was ist los mit dir? Gar nichts! Boah! Oh Gott! Ey Daniel, mach mal ein Save bitte! Sei nett! Oh Glaube! Oh Glaube! Oh Leck! Mann! Du wirst mich niemals finden! Hilfe! Nein! Nein! Du wirst in eine andere Richtung! Andere Richtung! Andere Richtung! Das ist nur eine Nacktschnecke! Anderes Weg! Du ruhig eine Nacktschnecke! Eine Nacktschnecke! Wiggle, wiggle, wiggle! Wiggle, wiggle! Ja! Hängt ihn HÖR! Ja, nice! Ja, nice! F***! Ich hör das Clearen nicht! Tut mir leid! Der chillt noch bei mir! Er guckt mich an! Hau mal ab, Daniel! Ja, alles auf! Die andere machen die Generatoren! Beeil dich! Da ist keiner, Daniel! Was willst du hier? Hau doch ab! Rudi, mach mir mal ein Smoothie! Ooooooh! Ist das Rudi? Der ist das! Ah! Habe ich sie gehittet? Daniel! Er will sich heilen! Der kleine Hitler! Hahahaha! Hilfe! Oh, Space! Oh, Space! Daniel, verpiss dich! Oh, Alter! Ich war so schlecht schwingt, Alter! Oh, Alter! Ich war so schlecht schwingt, Alter! Was du Glück gehabt, Decker! Hab ich getroffen? Ha! Alleine das Generatoren laufen gebracht, Alter! Jawoll! Der Haken ist gleich frei! Jetzt hab ich... Ich hab jetzt das Geräusch erkannt, was ihr da meint! Das ist kein klirr, das erstum halte! Ha! Ich bin down! Oh, Zucker! Wer Daniel gecampt hat! Wie gesagt! Ey, da war noch einer! Ja! Ne, ne, da war keiner! Es war ein Geist! Wiggle nicht zu viel! Mein kleiner Freund! Sonst muss ich dich loslassen! Das will ich eigentlich gar nicht! Heide sie auf, zerwickele! Ey, wusch! Ich... Was, Alter! Ich war sowas von kurz entgegen! Komm, mach den an den Generator wohl! Das ist gut! Ihr seid also an dem Generator dran! Ja! 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 Und dann wird es drüber nacheigniert! Ja! Sicher wir mal mit dem unteren Lösen. Ja! Wuh! Ja! Ja, denn sieh! In der Nähe! Ja! Ja! Das würde jeder sagen, der gerade an einem Generator arbeitet. Wenn ich wüsste, wo der letzte ist. Das würde jeder sagen. Duhh. Duich DuH. Duich Duu. Duich Duich Duuhx... Skala von 1 obstand jetzt wie- trabalh-cast habt ihr? Ich hab keine Angst mehr. Ich hab aber keine Angst mehr! Ah... Kevin. Ja man ... Hallo, meine Mädchen. Festkrieg. Was? 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 Oh, nein, wir sind auch noch zu weit auf die Mande. Oh, shit. Nice. Der Piesperz, Alter, wo seid ihr? Jetzt ist es auch schnell hier. Sehr schön. Ah, die Säcke, da war sie doch bei dem. Ah, Mann. Du bist an mir vorbei, Digga. Ja, klar. Alter, ging mir jetzt der Arsch, du. So ist das. Wollt ihr mich wieder ein bisschen verarschen, ne? Ich habe zwei Generatoren ganz alleine zum Laufen gebracht. Haha, ich bin so stolz. Der war ja die ganze Zeit bei uns, wo er gecampt hat. Hä, wer ist noch? Sud jetzt noch da? Mhm. Sache. Der war doch hundertprozentig. Jetzt geht durch, jetzt geht durch. Halt nochmal. Lauf! Lauf! Oh mein Gott. Ja, es war mir fast klar, dass wir haben. Scheiße, Mann. Ah ja, ah ja, ah ja. Man bekommt ja die beiden Ausgänge angezeigt. Ich habe keinen gesehen. Ich wusste nicht, wo lang ich lauf. Weil ich musste mich noch vorher heilen. Ja, man, an der Bande langlaufen, oder? Schön am Rand entlanglaufen, alles gut. Ah ja, das hatte ich dann gemacht. Ja. Und das war Zufall.